Hallo und willkommen bei Corpus Motum. Ich bin Patrick Rudhofer, euer Coach und Physiotherapeut. Heute besprechen wir die Plank. Wir suchen Punkte heraus, auf die ihr genau achten müsst, um euch nicht dabei zu verletzen. Gehen wir zuerst einmal in die Position, die für Plank notwendig ist. Dann schauen wir einmal, dass wir runtergehen. Wir bleiben aber auf den Knien noch. Normalerweise fangen wir gleich alle da oben an, sind dann vielleicht auch im Hohlkreuz drinnen und halten das wirklich dann nicht gut. Das Wichtigste am Anfang ist einmal, dass wir schauen, dass wir den Unterbauch gespannt haben. Also, dass ihr wirklich schaut, greift einmal her, den Unterbauch spannen, die Spannung halten und trotzdem weiteratmen. Und hier haben wir das Bauerhaus bei Pilates zum Beispiel. Das ist genau diese Geschichte. Und das aber während der ganzen Übung Übung halten. Wenn ihr merkt, dass ihr das Bauerhaus, die Spannung unten im Bauch nicht mehr halten könnt, dann hört es auch mit der Übung auf, überhaupt vorher. Bevor ihr die Unterbauchspannung verliert. Okay? Jetzt gehen wir nochmal in die Position. Wir bleiben auf den Knien. Und dann schauen wir aber auch, wenn ihr einen Partner oder irgendjemanden da ist, sonst gibt ihr den Stock da, dass ich schaue, ob die Wirbelsäule auch gerade ist. Dass man schaut, dass die Wirbelsäule gerade ist. Und dann schauen wir, dass wir den Unterbauch gespannt haben. Genau. Und es reicht am Anfang wirklich, auf den Knien das Ganze zu machen. Auf den Knien die Wirbelsäule gerade zu halten, ist schon Aufgabe genug. Da müssen wir euch schon suchen. Okay? Und wenn ihr dann sagt, okay, jetzt gehen wir noch hoch, und ihr bleibt mit der Wirbelsäule gerade, dann passt das auch ganz gut. Und dann könnt ihr euch da spielen mit dem Anzen. Okay? Dann könnt ihr ein bisschen nach vorne gehen, nach hinten gehen, aber die Wirbelsäule soll in einer Linie bleiben. Warum in einer Linie in dem Fall? Weil, weil ich nicht will, dass ihr ins Hohlkreuz absenkt. Wenn ich jetzt hier bin, die Planke macht, wenn der Bauch zu instabil ist, dann zieht es uns runter ins Hohlkreuz. Jetzt hängen wir hier durch und hängen eigentlich oben in den passiven Strukturen. Und das wollen wir eigentlich vermeiden. Okay? Auf das achten, das heißt, dass die Wirbelsäule gerade ist, dass der Unterbauch gespannt ist. Die Wirbelsäule soll aber auch nicht rund werden. Okay? Also wirklich, ein ganz leichtes Hohlkreuz darf sein. Der Unterbauch muss gespannt bleiben. Und wenn ihr merkt, okay, jetzt fällt der Unterbauch weg, Pause. Dann geht es runter. Also noch einmal, probieren wir noch einmal. Gemeinsam. Zuerst auf den Knien. Wir schauen, dass die Wirbelsäule halbes gerade ist. Auch die Postwirbelsäule versuchen wir gerade zu richten. Der Unterbauch ist gespannt. Und dann können wir probieren nochmal. Schön Kamot, die Beine vom Boden wegtun. Und da könnt ihr euch dann variieren, spielen, nach vorne gehen, nach hinten gehen, wie auch immer. Aber der Wirbelsäule soll gerade bleiben. Und wenn ihr merkt, okay, die Spannung unten geht weg, zuerst runter und dann könnt ihr euch entspannen. Okay? Also zuerst runter gehen, dann die Pause machen. Weil überhaupt dieser Vertreterrhythmus, wenn du sagst, okay, wenn du sagst, du haltest so lange, dass du den Unterbauch nicht mehr halten kannst, dann fährst du zuerst in die passiven Strukturen und gehst dann runter. Und dann kann es passieren, dass du eben entweder das ESG hinten verknackst oder in der Lentenwirbelsäule zu viel Druck auf die Bandscheiben kommt. Und das wollen wir eigentlich vermeiden. Genau mit dieser Übung wollen wir ja auch die Stabilisation im Rumpf auch unterstützen. Es gibt auch andere Übungen auch ganz gute. Die Planke und gerade dieser Brückenbauch ist doch schon eine sehr intensive und eine fortgeschrittene Übung. Sonst könnt ihr euch vielleicht andere Übungen auch, auch was jetzt den Bauch angeht, welche, wo weniger Hebelbelastung eben auf den Körper eben wirken. Danke fürs Zuschauen. Wenn es Fragen gibt oder Kommentare bitte unten auf die Fragen stellen. Wir werden sie so schnell wie möglich beantworten. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Patrick Rodhofer, euer Coach und Physiotherapeut vom Corpus Motum. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.